Miau, Happy Halloween! Willkommen zu diesem Halloween Special. Ihr seht es schon, wir spielen die Janna Sisters. Hier gibt es nämlich auch ein Halloween Special Level. Haha, schaut euch das mal an. Ist das nicht schön? Hier natürlich die quasi böse Schwester, die bösen Pumpkin auf dem Kopf und die andere. Auch hier ist schön da unten. In dieser Welt ist ein Sarg. Hier ist es eine Bank mit I love you und einem Herz und so. Ach, schön. Ja, ich hatte lange überlegt, was ich mache als Special. Denn es machen ja bestimmt so ziemlich alle Let's Player ein Halloween Special und viele bestimmt ganz ultra krass gruselige Spiele. Und da habe ich mir gedacht... Ich weiß nicht, ob ich das will. Ich mache lieber hier sowas Schönes, Nettes. Hahaha. Seht mal da unten die Geister. Ich zeige euch mal kurz, was passiert, wenn ich wechsle. Huuuuh. Dann greifen sie uns an. Hier nicht. Ist doch schön. Wow, aber dafür die! Nein! Geht weg! Oh Gott. Nein, geh weg! Geh weg! Ah, Stinkegeist. Ah. Okay, nochmal von vor. Wir versuchen wohl lieber ein bisschen schneller hier durchzukommen. Hm, geh weg, geh weg, geh weg! Es sind ja auch gleich mehrere. Aber Achtung, jetzt passiert was Tolles. Zack, sie gehen kaputt. Ist das nicht schön? Und die anderen gehen dann hier dran kaputt. Aber egal, dafür müssen wir sie jetzt nicht unbedingt zurückholen. Schwupsi. Ah, okay. Ich hab's lange, lange nicht mehr gespielt. Oh, kommen wir da unten durch? Nicht. Schade. Deswegen, also es ist schon wieder sehr, sehr ungewohnt mit dem Switchen und mit dem Sterben, wenn man die eine oder die andere ist. Ach, hier kommen wir runter dann. Okay. Will ich das kaputt machen? Auch nicht. Jetzt die Frage, will ich da hoch? Oh, Geisterkarussell. Ah. Aber wenigstens stecken die da drin fest. Oh, das ist aber schon richtig tricky. Wahrscheinlich. Oh, cool. Gut, ich meine, ein bisschen Energieverlust. Nein. Ah, genau. Falsch. Nein, geh weg. Hahaha. Geh kaputt am magischen Licht. Ein bisschen Energieverlust ist immer. So, wie war denn das da? Ich verstehe gerade nicht mehr, wie das da ging. Wie ging das? Was machst du? Was tust du? Wie hilfst du uns? Was bist du für ein Knopf? Verrate es mir. Ich weiß nicht. Aha. Okay. Die gab es sonst in den anderen Leveln nicht. Muss ich jetzt erstmal mich einfinden, quasi. So, da oben waren wir. Also gehen wir jetzt hier runter. Ups. Ich finde, die Welt sieht richtig schön aus. Mit den Kürbissen und so schön leuchtend. Ich habe es schon oft genug gesagt. Halloween, Lieblingsfeiertag. Na, Lieblingsfeiertag nach Weihnachten. Sagen wir es mal lieber so. Upsa. Ich wollte eigentlich auf ihn draufspringen. Nein. Aber wir brauchen ihn, um an die anderen Steinies dran zu kommen. Ja, das mit dem Leben verlieren sind wir hier ja gewöhnt. Das einzige Schöne ist, dass es anderen Let's Playern nicht anders geht. Ach, verdammt. Jetzt habe ich ihn doch kaputt gemacht. Ah, hat geklappt. Also ich habe mir ja mal so ein paar angeguckt jetzt, nachdem ich dann doch so schockiert war, dass ich so oft sterbe und das doch so schwer war. Aber es geht da keinem besser als mir. Es beruhigt. So ein süßes, teuflisches Spiel. So, was tun wir hier? Mist, eins nicht bekommen. Oh, hier ist wieder... Ah. Okay, machen wir erstmal den Geist kaputt. Dann holen wir jetzt noch den anderen Geist. Komm, geh kaputt. Hahaha. You have no power here. Was denn da unten? Ach, ich will es eigentlich gar nicht ausprobieren. Da ist doch eh nichts Gutes. Nur böse Sachen überall. Puff. 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 Oh, Errungenschaft. Federgestöber. Hm. Ob ich das schön finde, weiß ich nicht. Ich mag ja eigentlich die Vögel. Ah. Der hier hat seinen Heavy Armor angelegt. Mit dem legen wir uns nicht an. Ha, angelegt. Ah. Und anlegen und so. Schaut mal das Schloss im Hintergrund. Voll schön. Uh. Creepy. Ach, ist schon schön. Schön, dass hier so ein Special gibt. Ähm, Spoiler Alert. Ich werde dasselbe quasi nochmal tun. Ähm. Oh, das ist ja gemein hier. Ähm. An Weihnachten. Denn es gibt auch ein Weihnachts-Special. Uh. Okay, auf den einen verzichten wir einfach mal. Ein bisschen Schwund ist immer. Oh, was macht der in die Kiste? Böse gucken. Die hat Stacheln. Guckt immer noch böse. Ich gehe lieber nicht dran. Ich frage mich aber gerade, was... Oh, da ist ein Wolker. Was da unten ist? Ach, jetzt sind wir wieder hier. Wie doof. Damit habe ich nicht gerechnet. Nein. Nein. Geh weg. Es ist schön, dass ich wenigstens... Ah, der Baum ist auch toll. Ich liebe ja Bäume. Gruselige, verknorzte Bäume. Auch ein Grund, warum ich Tim Burton so gerne mag. Denn der macht ganz tolle Bäume in seinen Filmen. Tatsächlich. Die sind super awesome. Ihh. Ach, seht mal. Hier ist das so ein Krakentier. Ja, dann ist es auf jeden Fall schon mal klar, dass es nicht nett ist, wenn wir es anfassen. Ja, schweben. Ah. Nein. Oh, knapp. Nein, ich wusste es. Ah, schnell, gib mir so eine Schranke. Gib mir so eine... Ah. Ich brauche so eine Lichtschranke. Kommt schon. Schade, hier gibt es keine. Aber da sind noch Diamanten. Schnell weiter. Ich will die Diamanten haben. Okay. Ach, da ist wieder so eine Schranke. Macht doch nett. Uff. Na, Gott sei Dank hat das geklappt. Das wäre sonst böse, böse ausgegangen. Puff. Puff. Das mit diesen... Boah, Tasten hier sowas. Das ist schon so ein... Uh, Fisch. Schon so ein bisschen gemein, ne? Ui. Okay. Nein. Nein. Oh. Oh. Okay. Sorry. Ich bin dieses Spiel nicht mehr gewöhnt. Ich habe ja bei dem Endgegner in der Amethyst-Müne irgendwann aufgehört und hatte bisher auch noch nicht so große Lust, diesen... Das ist ja was voll Großes. Wie komme ich denn da hin? Er hatte bisher noch nicht so große Lust, diesen Endgegner wieder zu versuchen. Der war nämlich wirklich richtig scheiße. Bitte. Wer denkt sich sowas aus? Puff. Ach, ist das schön. So ein schöner Halloween-Flair. Awesome. Jetzt kommen wir aber nicht da hinten zu dem anderen. Na ja, egal. Ui. Okay. Uah. Nein. Okay. Okay, ich verstehe. Gut, dass das so schnell geht mit dem Wechseln. Was sehe ich denn da? Wie komme ich denn da hin? Hm. Oh ja, schön. Gib mir die Diamante. Da ist wieder die böse Kiste. Und dein Geist. Aber hier ist sonst nichts, also gehen wir einfach wieder. Was haltet ihr davon? Oh oh. Oh oh. Okay. Oh okay. Ah, es geht sogar. Ich habe so mit ganz Schlimmen gerechnet. Okay, was ist denn hier? Nur der Tod. Und da oben nichts. Und da unten? Oh 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 oh. Ah. Hilfe. Hilfe. Ah. Ich muss da wieder hoch. Oh. Aber wir haben die Diamanten behalten und bleiben jetzt einfach hier. Ah. Gemeint. Lass mich doch durch. Aha. Okay. Oh je. Aber die hängen Gott sei Dank wieder in ihrem Kreis fest hier. Upsa. Hä? Achso, ich habe dummerweise auf Wechseln gedrückt. Achtung schnell. Achtung schnell. Zack. Zack. Puff. Alle für klein machen. Wir können doch aber... Oh. Au. Nicht. Okay. Hm. Also nur der eine hier kann uns was anhaben. Verstehe nicht, warum ich da bei Energie verliere. Nein. Oh shit. So ja, natürlich verliere ich dabei Energie. Ich muss das machen, wenn der andere da ist, weil ich ja so schnell wechsle. Okay. Nein. Ich bin so doof. Oh, mein Gehirn macht das nicht mit. Oh. Okay. Okay. Ah, wie schrecklich. Ich muss jetzt nachdenken. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Die ist die Gute und bei ihr sind, glaube ich, die Blauen. Nein. Ich habe es schon wieder getan. Ich bin so doof. Okay. Okay. Oh, Mann. Jetzt muss ich ja theoretisch dabei durchkommen. Schle... Oh, meine Güte. Was hier oben? Diamanten. Gut. Achso. Ich weiß schon. Gott sei Dank gibt es hier so viele Midway Points. Eigentlich heißt es ja gar nicht so, weil es ist ja nicht die Mitte. Es gibt ja so viele. Okay, warum kann ich das hier tun? Ach. Oh, schade. Reicht nicht. Nochmal. Brunnen. Brunnen. Was haben wir denn da oben? Ja, ich weiß, wir können durch den Brunnen gleich, aber... Ich will gucken, was wir da oben noch kriegen. Oh, ein Schlüssel. Ups. Wiese lacht. Aha, von der links kamen wir ja gerade. Genau. Midway? Den holen wir uns mal. Was ist das hier unten? Wie kommen wir denn da hin? Wissen wir nicht. Na gut. Das hatten wir doch schon mal. Oh oh, ein bisschen niedrig. Oh Gott sei Dank so ein Licht. Da oben war es jetzt. Die Steinchen. Ähm, ja. Ich weiß trotzdem, ich will da hochkommen. Ah. Ah, wir kommen da aber nicht raus. Egal. Dann halt so. Cool. Wir sind heute richtig gut im Sammeln. Ach so. Oh nein. Oh. Nein. Verdammt. Okay, schwer. Ja, es sagt uns auch schon hier tot. Jetzt kommt hierher und geht kaputt. Alle kaputt. Da sind ja aber noch mehr. Zum Beispiel der da. Oh. Schnell. Ich will die Diamanten. Es ist voll gut, dass wir die kaputt machen können. Und dass die Steine wieder zurückkommen. Okay, wir haben alle Diamanten und können jetzt gleich ganz gechillt da durchlaufen. sobald wir wieder Boden haben. Sobald wir wieder Boden haben. Oh nein. Da ist ja noch einer. Oh, zwei. Oh, zwei. Aber ist egal. Die interessieren uns jetzt ja auch nicht mehr. Oh nein. Bloß noch nicht ins Ziel. Hier sind doch noch Sachen. Dinge. Ah, hier. Macht hier wieder euren lustigen Kreis. Nein. Aha. Dammit. Oh, jetzt sind die auch wieder da. Aber wir haben ja schon unsere Steine. Ist egal. Ich sag immer Steine. Das sind doch Diamanten. Ach so, ja. Ich vergaß, was zu tun ist. Nicht zu schnell. Uff. Wie gut, dass da unten auch so strahlen sind. Gehen sie nämlich kaputt. Können nicht zu uns durch. Ah, ist das hier schön. Don't you think? Okay, wenn wir oben drauf sind, dann endet das Level ja theoretisch nicht. Aber jetzt gibt's hier nichts mehr. Schön, das war's. Boah, haben wir und noch viele Diamanten nicht? Sieben Tode? Oh, nur zwei. Na doch, drei Sternchen. Na gut. Ich frag mich, wo all diese Diamanten noch sein sollen. Ich fand, wir haben gut gesammelt. Aber so ist das eben. Ihr Lieben, ich wünsche euch ein schönes Halloween. Feiert schön. Feiert nicht zu viel. Verkleidet euch schön gruselig. Und vertreibt die bösen Geister. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.